Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal Kevincredible mit dabei. Eli Karo! Zusammen gucken wir uns jetzt vom WM die Stage an. Lisa? Nyaaa! Lalisa! Oh mein Gott, Lisa! Ja, wir haben zu der ihr MV ein Reaction gemacht. Und jetzt gucken wir mal die Stage an. Mal gucken, wie sie das performt hat. Da bin ich natürlich sehr sehr gespannt. Ja, ich bin auch richtig gespannt. Es ist ja allgemein bekannt, dass sie eine sehr gute Tänzerin ist. Jaaa! Das Outfit ist schon... Da würde ich mich gerne anpushen, sage ich dir ganz ehrlich. Jaaa! Schon sehr weich. Ich bin jetzt so auf die rolle Choreografie gespannt. Ja. Ihr Haar-Style super. Oh mein Gott! Oh und wie gesagt ihr Outfit ist echt toll. Ich fühle gerade die Schmetterlinge im Bauch. Das können wir in der nächsten Halloween-Party tanzen. Ah genau. Wie hübsch die ist. Oh mein Gott! Sie kurierst auch. Also passt zur Musik finde ich. Mh mh mhm. Baby get the microphone. Put the don't speaker. I said I can hear you. So you need to speaker. Mh. cruel. Ey ey! 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 Ey ey! Ey! verrutscht. Spaß. Und so viele Background-Dance. Ohne schlechtes Bistis als Poster gebe ich viel zum Aufhängen. So Original-Größe und dann auch nebenbett. Natürlich. Eine kleinere Version würde auch reichen, aber das ist richtig süß. Oh mein Gott, jetzt kommt die krasse Psssss Bart. Jetzt brauchen wir Blackpink-Konzerte. Ja, eigentlich schon. Oh mein Gott, Junge, ich würde einfach VIP einfach direkt vorne. Ja, und dann performt sich das noch vor dir. Aber direkt auf die Stage springen? Nein, natürlich nicht. So krank sind wir auch nicht, aber wir werden vorne mit dabei. Oh mein Gott, wie hübsch. Hammer. Lisa. Lisa. Oh mein Gott, ja. Liken wir. Hammer geil. Wow. Schreibt gerne eure Meinung zu der Performance in die Kommentare. War einfach geil, oder? Ja. Mehr kann man nicht dazu sagen. Das hat man richtig gefeiert, richtig nice. Toll, toll, toll. Lisa ist einfach eine Queen. Falls ihr euch unsere anderen Reaction-Videos zu Lisas Leader gehört habt, geschaut habt, dann guckt mal vorbei bei meinem Kanal. Und ja, falls dir das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergiss nicht zu abonnieren und sage auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe. Stay healthy. Scheiße, das ist... Weiß nicht. So. Lalisa. 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 Nach 100 Versuchen geschafft. Nice, nice. Macht's gut. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, perhaps. Bye, bye. Bye. Bye, bye.